Ja, wir sind wieder da mit einer neuen Folge der Rückblende. Hallo Marius, schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Wir stehen ja noch so ein bisschen unter dem Eindruck eines Films, der vor kurzem angelaufen ist, nämlich die Fortsetzung Top Gun, wieder mit Tom Cruise, wie damals 1986, der Klassiker und um den soll es heute natürlich gehen. Genau, vorrangig, wir sind ja hier der Retro-Podcast, sprechen wir natürlich über den Film aus den 80er Jahren, aber da wir beide den Film auch schon im Kino haben sichten können, den neuen Teil Top Gun Maverick, werden wir natürlich im Verlauf unserer Podcast-Folge auch auf den neuen Teil nochmal ausführlich zu sprechen kommen, aber wie gesagt, schwerpunktmäßig geht es heute um den Film von 1986, der mit vollem Titel in Deutschland hieß, Top Gun, sie fürchten weder Tod noch Teufel, wieder so ein wunderschöner Untertitel. Und ja, der hatte folgenden Inhalt natürlich, es geht um den Lieutenant Pete Mitchell, genannt Maverick, gespielt natürlich von Tom Cruise. Und seinen Co-Piloten Goose, die werden an eine Kampfpilotenschule der US-Navy mit dem Namen Top Gun abkommandiert. Ja, und der ehrgeizige Maverick hat von Beginn an den Anspruch für sich, der beste Flugschüler an dieser Schule zu sein. Und dabei gerät er dann schnell mit dem ebenso ambitionierten Kollegen Iceman, wiederum gespielt von Bell Kilmer, aneinander. Ja, und nachdem Maverick dann auch alsbald das Herz der attraktiven Ausbilderin Charlie, das ist Kelly McGillis, erobert hat, scheint es irgendwie für ihn total gut zu laufen. Der Start ist geglückt, doch dann kommt es dazu, dass sein Kumpel Goose, also sein Co-Pilot, bei einem gemeinsamen Einsatz ums Leben kommt. Und ja, dadurch gerät Mavericks Welt dann eben doch so ein bisschen ins Wanken. Genau, und da wollen wir natürlich gleich auch noch genauer drüber sprechen, wenn wir gerade die Figuren ein bisschen beleuchten und was es dann für Szenen in dem Film noch gibt. In guter Tradition wollen wir natürlich am Anfang ein bisschen über das Genre reden. Und klar, wenn man jetzt irgendwo die DVD irgendwo im Mediamarkt oder Saturn sucht, dann steht die unter Actionfilm. Aber wie immer kann man hier ja auch nochmal ein bisschen ins Detail gehen, nämlich was ist es für ein Actionfilm? Actionfilm bedeutet immer visuelles Spektakel, so das haben wir hier natürlich auch, durch eben so spektakuläre Kampfjet-Szenen. Und das vereint ja eigentlich zwei typische Genre-Zutaten, weil nämlich der Kampfjet natürlich einerseits eine Waffe ist. Viel wichtiger aber noch hier, der Jet ist ein rasantes Fortbewegungsmittel. Und da gibt es ja verschiedenste Wege zu Wasser auf der Straße, wo man irgendwie Fortbewegungsmittel in so einem Film auch einsetzen kann. Wir hatten ja hier schon Steve McQueen oder Burt Reynolds auch zum Thema, eigentlich so zwei Racing-Spezialisten, Autonarren. Oder wenn man jetzt gerade an Actionfilme denkt, 1994 Speed, Keanu Reeves, Sandra Bullock im Bus unterwegs. Also selbst so einen normalen, doch etwas langsameren Bus eigentlich, denkt man, kann man total spannend inszenieren. Aber hier ist es dann eben in die Luft gegangen. Ja, genau. Und deswegen so meine Assoziation bei Top Gun ist natürlich neben Actionfilm auch immer so ein wenig Flieger- oder Sportfilm. Und da wiederum, wenn ich so an diese Kategorie denke, fallen mir so als erstes auch immer die Quacksfilme mit Heinz Rühmann ein, über die wir ja schon mal im Kontext von der Feuerherzangebohle auch kurz gesprochen haben. Das war so Anfang, Mitte der 40er Jahre natürlich dann bereits. Und unmittelbar eigentlich im Kontext von Top Gun ist ja parallel noch eine andere Flieger-Action-Reihe entstanden. Das war nämlich die Reihe um die stählernen Adler, allen voran Louis Gossett Jr., der die Hauptfigur verkörpert hat. Das ging auch 1986, also im gleichen Jahr los und ging dann bis Mitte der 90er Jahre. Und vor allem auch Teil 1, hatten wir glaube ich auch am Rande schon mal erwähnt, ist ja inszeniert worden von Sidney Fury, dem Regisseur von Ipcris. Das hatten wir hier im Podcast auch schon mal im Programm. Und ja, bei diesen Filmen, wenn es so um Flieger-Action-Sportfilme geht, das ist ja auch immer so ein Kräftemessen junger Männer, die dann eben so alles dran setzen, der beste Sportler in der Disziplin oder eben der beste Pilot sein zu wollen. Ja, also was für ein Bogen direkt hier zu Anfang geschlagen, bis hin zu den Quacksfilmen mit Heinz Rühmann aus den 40er Jahren. Aber klar, also auch damals, zu dem Zeitpunkt, waren die Flieger tollkühne Helden. Und das war dann eben in den 80er Jahren hier bei dieser, ja aus heutiger Sicht, ja 80er Jahre Granate Top Gun dann irgendwie auch nicht anders. Es gibt natürlich abseits der Action noch so ein paar erzählerische Konflikte, die es dann auch gibt. Es gibt durchaus so, ja, innere Konflikte bei der Filmfigur Pete Maverick. Also Pete genannt Maverick, die Filmfigur, die Tom Cruise da spielt. Das ist dann so ein bisschen dramatisch, vielleicht fast ein bisschen viel gesagt, wenn man jetzt sagt, es hat so Ansätze einer Coming-of-Age, von so einem Coming-of-Age-Drama. Aber es geht auf jeden Fall so um das Erwachsenwerden der Figur. Sie wirkt ja noch nicht sehr erwachsen in vielen Teilen. Nee, nicht unbedingt. Und deswegen hat das, finde ich, auch teilweise die ein oder andere Szene so Züge auch aus so einer College-Komödie, wie wir es ja auch dann etwa auch aus den 80ern kennen, aber auch dann vielleicht sogar aus den 90ern noch. Wenn ich so an diese Szenen relativ im ersten Drittel noch denke, wo dann Maverick und Goose da in Uniform diese Bader aufsuchen oder auch diese ganzen Szenen immer in den Umkleidekabinen oder im Unterricht, wenn dann da irgendwelche Scherze gemacht werden und sich die ganzen Schüler gegenseitig aufziehen oder auch diese, da kommen wir ja auch später nochmal kurz zu wahrscheinlich, diese ja fast schon legendäre Peach-Volleyball-Szene da. Ja, das ist so alles so, ja, Szenen, die könnten auch einfach in der College-Komödie, finde ich, eins zu eins untergebracht werden. Ja, und auch in der College-Komödie gibt es ja nicht selten dann noch so eine Romanze, die fehlt natürlich auch hier nicht. Denn, ja, da läuft was zwischen Pete und Charlie, die ja hier gespielt wird von Kelly McGillis, der weiblichen Hauptdarstellerin und, ja, also sowohl diese dramatischen inneren Konflikte von Pete als auch diese Romanze ist jetzt natürlich im Zuge hier von so einem, ja, sehr actionreichen Film natürlich eher dünn angelegt, ist aber ja auch nicht das entscheidende Kriterium jetzt für so einen Action-Film hier. Aber es führt vielleicht hier und da auch zu dem einen oder anderen Schmunzler, diese Konflikte, da kommen wir dann sicherlich auch nochmal zu. Ja, genau. Und was man natürlich auch anbringen muss, wenn wir hier über Top Gun und Stichwort Action, Flieger-Action sprechen, auch der Vorwurf, der natürlich immer gerne im Raum steht, der Militärpropaganda, das hat er ja auch im Übrigen mit anderen Filmen wie Quacks oder Stiller in der Adler gemeint oder auch natürlich ein ganz extremes Beispiel, hätte man eben auch vielleicht schon nennen können, so ein Film wie Junge Adler mit Hardy Krüger. Das war ja letztlich auch, ja, ganz reine Militärpropaganda, aber hier bei Top Gun ist es eben auch immer wieder ein Punkt, der diskutiert wird und da hat Tom Cruise aber seinerzeit vehement widersprochen, hat gesagt, nein, das hat nichts mit Rambo Reagan oder irgendeiner Kriebstreiberei zu tun. Ich will hier auch keinen Propagandafilm drehen. Das ist ein Film, der handelt auch nicht von der F-14, das ist ja dieses Flugzeug, da kommen wir auch später noch näher zu, sondern er handelt von Männern, die diese F-14 fliegen. Diese Typen, die gehen da rauf in die Luft und es ist furchterregend. Sie sitzen nicht da und hoffen etwa auf einen Krieg. Sie lieben das Fliegen und der Film handelt auch von menschlichen Beziehungen, von Unabhängigkeit, von Verständnis und von Vortrefflichkeit. Das hört sich ja erstmal auch ganz schön an, aber wenn man, finde ich, sich jetzt den Film nochmal von so einem objektiven Standpunkt anschaut, dann ist es ja trotz dieser Intention, die ja dieser Aussagen zu tragen kommt, faktisch ja doch so, dass die Luftwaffe so sehr gut wegkommt und ja letztlich dann doch so etwas wie Werbung auch fürs Militär betrieben wird, wo man auch wiederum sagen muss, Stichwort Werbung, da war man beim Regisseur Tony Scott natürlich auch einer guten Adresse, weil er ja von der Werbung kam. Da kommen wir später auch nochmal dazu. Ja und die so militärischen Werte, die werden da natürlich schon sehr hoch gehalten und ich glaube, wenn man so ein bisschen Hintergründe zu Top Gun auch liest, das ist immer so das Erste, was dann irgendwie genannt wird, dieser Bezug zum Militär, wird auch sicherlich dadurch nochmal erhärtet, dass es ja auch wirklich produktionsorganisatorisch Unterstützung gab eben. Also man hat eine gewisse Summe auch an das Pentagon bezahlt, aber in Anführungsstrichen nur 1,8 Millionen für die Verwendung von Flugzeugen und Flugzeugträgern. So da kann man sich vorstellen, so das ist für uns 1,8 Millionen eine große Summe, aber jetzt bei so einem Blockbuster-Film, dann ist das natürlich nicht viel so. Und da ist es aber so, wenn das Pentagon oder in dem Fall die Navy, die ja auch involviert war hier, der auch solche Dinge zur Verfügung stellt, dann guckt man eben da auch schon mal so, okay, was ist das für ein Film und man redet auch durchaus mit, beziehungsweise sagt dann halt, die Unterstützung gibt es nur, wenn wir da mit dem Drehbuch auch einverstanden sind. Und das ist natürlich dann auch immer so eine Diskussion, diese Produktionsunterstützung und auch das Abnehmen dann vom Filmskript, das ist durchaus üblich, aber gerade bei so Militärthematiken noch krasser natürlich bei Kriegsfilmen und dann im Gegensatz Antikriegsfilmen, so ein total kritischer Film wie Platoon von Oliver Stone, auch aus den 80er Jahren, 86, da hat das Pentagon dann jede Unterstützung verweigert, wohingegen jetzt so einer von diesen Filmen, die ja auch immer so genannt werden, wenn es um so eine, ja, ganz positive Darstellung von so Militär und historischen Begebenheiten dann gibt, Pearl Harbor von 2001, von Michael Bay, also da gab es auch die ein oder andere Drehbuchänderung, die dann so durchgesetzt wurde im Tausch eben gegen das Zur-Verfügung-Stellen von irgendwelchen militärischen Einrichtungen und dergleichen. Also hier hat auf jeden Fall das Pentagon und auch die Navy das Drehbuch geprüft und ja, dadurch ist eben auch, ja, diese Kritik dann sicherlich auch an der Stelle immer zu hören. Man hat das neumodische Wort Militainment da ja auch mal erfunden und ja, das nimmt man natürlich in diesem Film dann schon wahr. Also wenn es dann zum Beispiel auch um den tragischen Fall von Goose dann geht, so da ist ja auch, ja, so dieses militärische Verständnis von diesem Tod, der da irgendwie mit dazugehört, fast schon so ein bisschen Heldentod auch. Ja, da ist das natürlich ganz bedeutungsschwanger mit so militärischem Stolz und militärischer Ehre. Ja, absolut. Das schwingt da in diesen Momenten immer mit und jetzt waren wir auch im Grunde schon mit so einem Bein der Produktionsgeschichte drin und da muss man natürlich sagen, die beginnt mit den Produzenten und das ist natürlich das Erfolgsduo Jerry Bruckheimer und Don Simpson. Die hatten unmittelbar vor Top Gun gerade ja mit Beverly Hills Cop einen absoluten Riesenerfolg hingelegt und waren natürlich jetzt so ein bisschen auf der Suche nach einer neuen Idee und da hat Bruckheimer dann eine Inspiration für den Film hier gefunden durch einen Bericht über diese Flugschule Top Gun. Mein Gott, hat er so ein Bild gesehen, das muss man doch eigentlich verfilmen und jetzt würde man denken, okay, gerade nach so einem Riesenerfolg wie Beverly Hills Cop, da liegt das Studio den Produzenten eh zu Füßen und die haben da so eine Art Carte Blanche und können machen, was sie wollen, aber so war es gar nicht. Also gerade bei Paramount war man da erstmal skeptisch, ob man das denn so finanzieren möchte, so ein Projekt und erst ein Wechsel im Management hat dann dazu geführt, dass man dann doch überhaupt grünes Licht bekam zu den Bedingungen und Skepsis kam der Produktion auch zunächst mal von der Nähe wie entgegen, wo man jetzt auch im Nachhinein denkt, mein Gott, das war auch die beste Werbung, da haben sie im Zweifel auch offene Türen eingerannt, aber auch das war nicht so, sondern man war sich da erstmal gar nicht so sicher, ob das so eine Win-Win-Situation überhaupt ist, aber im Laufe der Zeit hat man dann doch eben diese Vermarktungschancen gesehen, was die sich dann ja auch absolut realisiert haben, muss man sagen, also der hat ja den Film zum absoluten Boom beim Militär geführt, ich habe irgendwo gelesen, also 500% Anstieg hat es da gegeben, was wiederum aber auch nicht nur der Film an sich oder die reine Filmwirkung war, sondern die Navy hat das dann wohl auch dann durchaus genutzt, um da vor den Kinos mal so mobile Rekrutierungsbüros aufzustellen, so nach dem Motto, wenn die Leute gerade so beeindruckt aus dem Film kommen und noch berauscht von den Bildern, vielleicht lässt sich der eine oder andere dann auch breitschlagen und das hat ja auch so ein bisschen dazu geführt, dass das Militär wieder so als cool oder gesellschaftsfähig galt. Ja, also der Film war da einfach topmodern, hat absolut den Nerv der Zeit getroffen und da hat das Militär natürlich dann einfach von profitiert, wo ja die zurücklegenden Jahre New Hollywood, da ist man ja eher wieder ganz kritisch umgegangen mit der jüngeren Militärvergangenheit dann der USA, hier war das dann wieder cool und ja, der Regisseur, der es inszeniert hat, du hast eben schon gesagt, er hatte eine Werbefilm-Vergangenheit und da kann ich nur jedem, der sich da interessiert, mal ans Herz legen bei YouTube, den Saab-Werbespot von Tony Scott zu suchen, denn der war sozusagen Auslöser, dass man auf ihn aufmerksam geworden ist und wenn man den Film kennt, ist das wirklich sehr interessant, sich diesen Spot mal anzuschauen, denn da hat er eben auch schon so Fliegeraufnahmen mit so einem Kampfjet gemacht. Es ist halt da so, dass dieser Saab da so ein bisschen inszeniert wird mit so einer Parallelmontage, man sieht immer das Auto, man sieht dann immer diesen Jet und da soll jetzt natürlich irgendwie dieses Auto dann im Zuge dieses kurzen Spots so auf eine Ebene mit diesem Jet gehoben werden. Der Saab war dann den Filmverantwortlichen hier letztlich egal, aber Tony Scott hatte eben da auch schon so ein bisschen, ja, sehr schöne Beauty-Shots von diesem Jet hergestellt, durchaus sehr atmosphärisch und da hat man eben gesagt, Mensch, genau so einen bräuchten wir doch, um irgendwie diese Jet-Szenen in diesem Film hier zu inszenieren. Ja, und nachdem man dann einen Regisseur gefunden hatte, war natürlich die zweite wichtige Position noch der Hauptdarsteller und da muss man sagen, war John Kruse wohl von Anfang an absolut die erste Wahl, aber auch er war zunächst durchaus skeptisch und hat dann dem Produzenten Simpson-Bruckheimer gesagt, ja, okay, lass mich doch mal für zwei Monate am Drehbuch so ein bisschen mitarbeiten, vielleicht habe ich auch noch ein paar eigene Ideen, das noch so ein bisschen umzugestalten und wenn die Zeit dann vergangen ist und ich mir das so ein bisschen durch den Kopf habe gehen lassen, dann entscheide ich vielleicht nochmal, ob ich jetzt mit an Bord bin oder nicht und man hat sich da tatsächlich dann auch drauf eingelassen, hat ihn dann auch mal testfliegen lassen, also testweise fliegen lassen in so einer F-14, was wohl dann auch so ein wichtiger Aspekt war, der ihn dann hat dazu verleiten lassen, an der Produktion mitzuwirken. Also er war total begeistert, er hat gesagt, mein Gott, das ist doch der reine Nervenkitzel, das muss ich irgendwie nochmal haben und hat dann auch gesagt, ja, ich mache mit, aber nur, wenn ich auch wirklich nochmal in so einem F-14 fliegen darf und wenn dieses Material von mir dann auch im fertigen Film landet, weil das eben dann auch zur Authentizität natürlich beiträgt. Und ja, er hat dann diese Produktion eben auch für sich genutzt, um so von Bruckheimer und Simpsons, die ja wirklich so die Superproduzenten damals waren, von denen so auch Einblicke generell ins Filmbusiness zu bekommen und ja, für sich da so ein bisschen auch vom Film hinter den Kulissen nochmal zu lernen und war dann auch in der Vorproduktion schon eng in die ganze Gestaltung eingebunden, hat viel mit Bruckheimer, Simpsons und auch Tony Scott schon zusammengefügt und da so die ersten Schritte mitgemacht, die dann ja auch am Ende dazu führten, dass man ein erfolgreiches Endprodukt dem Publikum präsentieren konnte. Und ja, was dann auch ein wesentlicher Teil der Produktion natürlich war, Tom Cruise hatte ja schon im Vorfeld diesen Testflug gemacht, aber sowohl er als auch die anderen Schauspieler, die da Top Gun-Piloten spielen sollten, haben natürlich professionelle Trainings absolviert, waren in Simulatoren etwa drin, um sich da so ein bisschen an das Gefühl zu gewöhnen und ja, dann hat man sich natürlich auch von Produktionsseite logischerweise, wie man es bei diesen Produktionen dieser Größenordnung natürlich immer macht, technische Berater zu Rate gezogen und das fand ich auch nochmal ganz witzig, das kam dann in dem Baking-off zum Ausdruck, wo der Betreffende dann eben auch gesagt hat, dass er dann schon doch sehr verwundert war, so über die eine oder andere Szene und dann auch immer mal so gesagt hat, so Leute, auch dieser Unterricht von diesen Top Gun-Piloten, da im Hangar vor so einem riesen Jet, muss das denn sein, hier bei Top Gun, da haben wir doch extra Klassenräume für, was soll das? und auch diese ganzen Duschszenen dann immer... Ja, wenn man es dann nochmal so hört, dann begreift man erst, wie inszeniert eigentlich diese Szene dann ist. Also es gibt so, dieser Unterricht findet in so einem Hangar statt und das ist dann aber auch schon eingeführt mit so einer, ja fast schon epischen, totalen so, und der Jet steht dann genau in der Mitte, zentriert da im Hintergrund und wahrscheinlich weht auch noch irgendwo eine amerikanische Flagge im Hintergrund, ich weiß es jetzt nicht, aber klar, und man denkt dann gar nicht im ersten Moment so drüber nach, aber natürlich ist das eigentlich totaler Quatsch, dass die da in diesem Hangar sitzen, sondern die werden normalerweise in irgendeinem dunklen Raum sitzen. Ja, ganz genau, und das Gleiche auch mit den vielen Duschszenen, wo er auch sagt, was soll das denn? Da hat man dann wohl gesagt, ja, wir zahlen dir Tom Cruise irgendwie gutes Geld und dann will das Publikum, vor allem das weichspublikum auch mal ein bisschen Fleisch sehen. Und dann hat er auch im Nachhinein gesagt, okay, ja, das hat ja auch alles seine Wirkung nicht verfehlt und zugegeben, wenn man da jetzt immer so auf mich gehört hätte, wäre es am Ende vielleicht eher so eine Militär-Doku geworden und jetzt eben nicht so der Blockbuster-Film, was ja Top Gun dann im Endeffekt auch geworden ist. Was noch ganz interessant ist im Hinblick auf diese Flugaufnahmen, die ich ja eben schon angesprochen hatte, also die meisten Darsteller haben sich dann auch tatsächlich in so ein Jet gesetzt, weil Kerma zum Beispiel hat es wohl abgelehnt von vornherein, aber bei manchen dieser Darsteller war es eben dann tatsächlich so, dass diese Aufnahmen, die sie dann gemacht haben in der Luft, überhaupt nicht zu gebrauchen waren, weil sie dann halt von diesem Flug so mitgenommen waren und dann gar nicht in der Lage waren, irgendwie so ein Pokerface aufzusetzen, was jetzt der entsprechenden Filmszene dann entsprechend würdig wäre. Ja, ja, das kann man sich dann auch so richtig bildlich vorstellen, was natürlich dann besonders bitter ist, wenn man das alles auf sich nimmt und dann erzählt vielleicht schon seinen ganzen Freunden, guck mal, geht mal bald in den Film, ich bin da im echten Flieger zu sehen und dann landet da gar keine Szene von einem fertigen Film. Ja, ich kann es nur zu gut verstehen, also wenn ich so denke, was für Gesichter ich da mache, wenn ich irgendwie auf einer relativ harmlosen Achterbahn irgendwie unterwegs bin, dann wundert mich das nicht, dass die da irgendwie dann vielleicht die schauspielerische Bandbreite dann bei tatsächlichen Jetflügen in Überschallgeschwindigkeit oder was dann da leidet. Ja, und ich muss auch daran denken, es gibt auch diese fast schon legendären Zusammenschnitte von Stefan Raab, Raab in Gefahr, wo er da auch so einen Testflug mitgemacht hat und dann ja auch seine Gesichtszüge so in alle Richtungen entglitten und das ist ja auch schon ein ganz gutes Beispiel. Das war ja da wahrscheinlich noch viel heftiger, insofern, ja. Stimmt. Ja, vielleicht ein paar Zahlen. Budget 15 Millionen Dollar, das heißt Flugzeugträger und Jets gab es noch zu einem günstigen Preis, aber es ist natürlich trotzdem ein Blockbuster-Movie und 15 Millionen Dollar, die wirken dann wieder ganz anders, wenn man jetzt sagt, was hat der Film eingespielt. Und das sind 354 Millionen Dollar wohl weltweit, 4,2 Millionen Kinobesucher bei uns in Deutschland und es gab dann auch noch mal ein Re-Release, wo man noch mal ein bisschen die Technik überholt hat. Genau, dann hat man noch mal den Film, ja, ich denke mal in 4K restauriert und dann auch vor allem dann noch mal in 3D rausgebracht, in IMAX-Theaters und das hat dann auch noch mal immerhin 3 Millionen zum Box-Office beigetragen. 2021, als ja eigentlich schon der neue Film Top Gun Maverick rauskam, gab es dann auch noch mal einen weiteren Re-Release, da kam dann noch mal eine Runde, halbe Million Dollar rum. Und wenn man so auch noch mal dazu kommt, was hat der Film so ausgelöst, ich habe ja eben schon gesagt, die Navy hat natürlich einen unheimlichen Zulauf bekommen, aber nicht nur sie, sondern auch, man kann es nicht denken, Sonnenbrillen herstellen, aber ja, Tom Cruise und Will K. immer so gefühlt im ganzen Film irgendwelche Pilotenbrillen tragen und entsprechend ist natürlich auch der Absatz von diesen Aviator-Sonnenbrillen wohl um rund 40% angestiegen und vor allem wohl auch jene der Marke Ray-Bendie dann ja auch dort zu sehen sind. Ja, also nicht nur Steve McQueen kann hier irgendwelche stylischen Assets noch berühmt machen. Ja, Tom Cruise hat gesagt, es ist kein Film über die F-14 im direkten Sinne, aber auch dieses Flugzeug ist ja ein ganz besonderes. Es ist irgendwie zum Symbol der militärischen Dominanz auch geworden in den USA. Und vielleicht verlieren wir noch kurz ein paar Worte über diese Flugzeuge und auch über diese Flugschule, die man da sieht. Und das ist ja auch eine ganz besondere. Also das Flugzeug, was hier eingesetzt wird von den Piloten, ist der Jet F-14 Tomcat. Und das war ja der Nachfolger vom F-4 Phantom Jet, was glaube ich auch noch von einem Kollegen da geflogen wird auf der Flugschule. Es wurde ab 1971 eingesetzt und war dann, ja, galt einerseits als topmodern, als eben auch der Vorzeigejet der Amerikaner. Auf der anderen Seite gab es aber auch so ein bisschen Kritik an der Wendigkeit. Und man machte im Vietnamkrieg die Erfahrung, dass es einen gewissen Nachholbedarf im Luftkampf, also im näheren Luftkampf mit diesen Luft-Luft-Raketen gab. Das nennt man, glaube ich, Dogfight dann irgendwie militärisch. Und das ist ja das, was man in diesen späteren Filmszenen dann auch sieht. Und ja, weil es eben diesen Nachholbedarf gab, nach der Meinung der Verantwortlichen damals, hat man eben so eine Elite-Flugschule gegründet, die dann auch den Namen Top Gun letztlich trug. Also die gibt es tatsächlich. Tatsächlich, was es nicht gibt, ist diesen sowjetischen Flugzeugtyp, von dem da die Rede ist, die MiG-28. Tatsächlich gibt es eine MiG-27. Es gibt auch eine MiG-29, aber 28, die gab es nicht. Aber da hat man dann gesagt, na gut, dann greifen wir uns die Nummer, die dann noch frei ist. Und jetzt ist es aber so, ein sowjetisches Flugzeug hatte die Navy nicht am Start, die sie jetzt irgendwie dem Film zur Verfügung stellen konnte. Und das ist noch ganz interessant. Da hat man also einen amerikanischen F-5-Jet genommen und hat den einfach schwarz lackiert und noch einen Stern draufgeklebt. Und dann musste der amerikanische Jet dann eben hier den Flugzeugtypen MiG-28 spielen. Ja, netter Funfact am Rande. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zu den tragenden Mitwirkenden mal im Einzelnen. Die meisten haben wir jetzt gerade schon im Verlauf der Folge erwähnt und allen voran natürlich Regisseur Tony Scott. Manch einer wird es wissen, es ist der Bruder des ja, man muss sagen, noch berühmteren Regisseurs Ridley Scott. Also ich muss für mich sagen, dass die Filme von Tony Scott mir persönlich tendenziell im Schnitt besser gefallen haben. Bei Ridley Scott, da ist auch relativ viel dabei, was jetzt so genremäßig nicht mein Fall ist. Objektiv muss man natürlich sagen, dass Ridley Scott wohl die unterm Strich bedeutenderen Filme gemacht hat, wenn man auf so einen Film wie Gladiator denkt oder die Alien-Filmreihe. Tony Scott stand natürlich vor dem, ja, vor allem optisch sehr beeindruckenden Actionfilm und da hat er natürlich seine Grundlage auch schon im Werbefilm gelegt. Da haben wir ja schon von gesprochen. Und sein erster Kinofilm war dann 1983 der Film Begierde. Das war ein Horrorfilm mit Katharine De Nöw und David Bowie. Kommerziell ein absoluter Flop, sodass man sagen muss, dass Top Gun und statt vor allem eben auch seine Werbefilm-Vergangenheit, die ihn ja dann zu Top Gun führte, ihn dann, ja, die Karriere vielleicht so ein klein bisschen sogar auch gerettet hat. Und durch den großen Erfolg von Top Gun hat er sich natürlich dann für weitere Projekte absolut empfohlen. Und da ging es dann auch direkt mit dem Duo Bruckheimer-Simpson weiter. Ihm wurde die Vortsetzung zu Beverly Hills Cop anvertraut. Das war dann direkt im Folgejahr 1987 ja auch ein großer Erfolg. 1990 gab es dann wieder eine Zusammenarbeit auch mit Tom Cruise Tage des Dollars, Days of Thunder. Das ist ja, wenn man es auf den Punkt bringen will, im Grunde so eine Art Top Gun auf vier Rädern. Und ja, 1991 hat er dann auch, ja, einen weiteren Klassiker, so der Action-Komödie hervorgebracht, Last Boy Scout mit Bruce Willis und Damon Wayans. Den hatten wir schon mal im Zuge von Diesel Weapon erwähnt, weil der Drehbuchautor Shane Black ist ja auch so der Kopf hinter der Diesel Weapon-Reihe gewissermaßen. Und 1998 gab es dann so einen Film, der auch bis heute so ein absoluter Evergreen eigentlich im Fernsehen ist. Immer wieder gern gezeigt, der Startsfall Nummer 1 mit Will Smith. Ja, von mir auch so ein Favorit, weil der Film einfach auch so total rund ist. Also es ist auch ein einfacher Unterhaltungsfilm, selbst dass er ja diese Verschwörungsthematik da irgendwie so drin ist, aber hat einfach einen unglaublich guten Spannungsaufbau. Und Gene Hackman ist da ein damals noch positiv besetzter Querdenker. Ja, so kann man es eigentlich pointiert zusammenfassen, absolut. Und der war dann auch wiederum schon drei Jahre zuvor, also Gene Hackman, dabei bei dem Film Crimson Tide in tiefster Gefahr. Das war so ein U-Boot-Thriller. Und das wiederum, der Film markierte auch gewissermaßen so einen kleinen Wendepunkt nochmal in der Karriere von Tony Scott, weil es war die erste von insgesamt fünf Zusammenarbeiten mit Denzel Washington. Also er hat dann so die zweite Hälfte seiner Karriere dann absolut geprägt. Und da gab es ja auch zahlreiche Erfolgsfilme. 2004 dann nochmal Mann unter Feuer, Man on Fire. 2006 auch ein sehr gelungener Film, wie ich finde. Schaue ich mir immer wieder gerne an. Déjà-vu, Wettlauf gegen die Zeit. Das war so ein bisschen auch mit Science-Fiction-Elementen, aber unheimlich gut gemacht. 2009 gab es dann ein Remake von dem Film Stopp die Todesfahrt der Pelham 1-2-3, nämlich die Entführung der U-Bahn Pelham 1-2-3. Und da war dann eben Denzel Washington an der Seite von John Travolta zu sehen. Und die letzte Saison hatte auch wieder mit Zügen gewissermaßen zu tun, aber keiner U-Bahn, sondern einem größeren Zug. Und das war der Film Unstoppable außer Kontrolle. Und dann muss man sagen, war er auch weiterhin in Projekte involviert, hat aber dann einen ganz plötzlichen und auch wiederum tragischen Tod erfahren. Er hat sich nämlich ja 2012, ich glaube, von der Brücke sogar gestürzt. Das ging auch ziemlich durch die Gazetten, auch hier in Deutschland. Und im Nachgang hat man dann erfahren, dass er wohl eine Krebsdiagnose bekommen hatte zuvor. Ja, und ich habe es ja eben schon angedeutet, generell, wenn man heute im Rückblick an Tony Scott denkt, dann verbleibt eben diese absolut ikonische Bildsprache. Er hat, glaube ich, den modernen Actionfilm, ja vielleicht ähnlich wie Michael Bay auch durch diese seine optischen Einschläge maßgeblich geprägt und weiterentwickelt. Und das sieht man ja auch hier in dem Film, diese an der besonderen Beleuchtung, den Farbstufen und auch diesen ganz ikonischen Bildern. Und auch eine der ersten Szenen, die einem immer so einfällt, wenn man Top Gun denkt, wie dann Tom Cruise da mit dem Motorrad bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang und dann vom Soundtrack untermalt, dann daherfährt. Das ist ja, wie gesagt, absolut ikonisch. Und teilweise hat es ja auch so eine Videoclip-Optik. Ich denke da so an diese Szene, wo es eine Art Verfolgung gibt zwischen der Tom Cruise-Figur und derjenigen von Kelly McGillis, die in so einem alten Porsche auf dem Motorrad, das könnte eins zu eins aus so einem Videoclip irgendwie aus den 90ern sein, finde ich. Ja, und der Weg von Videoclip ist ja dann auch wieder nicht weit zum Werbespot. Also das schließt sich dann da auch wieder an. Genau. Ja, dann auf der Seite der Schauspieler wollen wir natürlich über Tom Cruise reden. Er ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern er ist der Star des Films und er ist aber auch nach wie vor ein absoluter Hollywood-Star. Ja, damals mit diesem Film auch nochmal geworden und seitdem immer geblieben, also eigentlich die letzten 40 Jahre. Und was man ihm so nachsagt, er gilt ja wirklich als sehr ehrgeizig, also macht, glaube ich, auch gerne mal so Stunts, soweit das so heutzutage dann auch vertraglich möglich ist. Gerne selber, aber setzt sich da auch wirklich immer ein, dass die Dreharbeiten ruhig so anstrengend wie möglich denn sein mögen, solange es dann irgendwie auch zuträglich ist, um irgendwie gerade im Action-Bereich dann auch nochmal was zu bieten. Auf der anderen Seite, das muss man auch sagen, gerade wenn es da so um seine sonstige Lebensgestaltung geht, Stichwort Scientology, hat sicherlich jeder schon mal mitbekommen. Das ist so ein Punkt, wo auch immer wieder Kritik aufkommt. Aber das soll uns jetzt in der Tiefe hier nicht beschäftigen, weil wir ja hier auch ihn als Schauspieler und in seinem Schaffen natürlich vor allem vor der Kamera bewerten wollen. Ja, gerade wenn wir jetzt auch über Top Gun sprechen, muss man sagen, da hat er sich auch letztlich zwei oder einen Kindheitstraum verwirklicht, denn er hatte als Kind eben zwei Träume, nämlich einmal Schauspieler zu werden, aber auch Flieger zu werden. Und da konnte er letztlich beide Träume in Top Gun vereinigen, was man ja auch sonst nicht ohne weiteres so kann. Insofern für ihn natürlich eine absolute Herzensangelegenheit wahrscheinlich. Und ja, wenn wir jetzt mal auf seine Filmografie zurückschauen, sie geht ja, wie du schon sagtest, bis heute weiter, aber so den Durchbruch hatte er dann auch mit einer Teenager-Komödie, nämlich Risky Business oder auch Lockere Geschäfte im Deutschen. Und im gleichen Jahr wie Top Gun ging es auch direkt weiter mit Die Farbe des Geldes unter der Regie von Martin Scorsese. Das war ja die Fortsetzung des Hollywood-Klassikers Haie der Großstadt mit Paul Newman, der ja auch mit an Bord war. Zwei Jahre später hat er dann Rain Man mit Dustin Hoffman gedreht. Also man sieht auch so ein bisschen zu der Zeit so das Bestreben, sich auch mit den großen Schauspielern zu messen. Also jetzt nicht nur Unterhaltungskino zu liefern, sondern auch so ein bisschen das anspruchsvollere Kino vielleicht zu bedienen und auch als Schauspieler eben zu wachsen. Und ja, 1993 gab es dann den Justiz-Thriller Die Firma natürlich nach John Grisham. Und ab 96 startete dann die Franchise, mit der man Tom Cruise heute am ehesten verbindet. Die Rede ist natürlich von Mission Impossible, was ja eine Neuauflage auch einer sehr erfolgreichen Fernsehserie war, die im Deutschen nicht Mission Impossible heißt, sondern Cobra übernehmen sie. Ja, da werden wahrscheinlich viele Menschen, die jetzt irgendwie so dann mit der Mission Impossible Kinoreihe aufgewachsen sind, die werden das gar nicht mehr wissen wahrscheinlich, dass Cobra übernehmen sie tatsächlich da nochmal eine, ja doch, Serie mit einigen Folgen auch im Hintergrund steht, die da eigentlich das Original ist. Ja, absolut. Da fiel es halt auch an Staffeln, weitaus langlebiger als vielleicht auch andere Krimiserien zum Beispiel, die man heute noch mehr kennt. Aber genau, und der Name hat ja auch letztlich keinen, der deutsche Titel hat ja auch keinen richtigen Bezug eigentlich erstmal zu sehen. Und man muss auch sagen, die Serie ist auch, glaube ich, aus dem Fernsehen ziemlich verschwunden in den letzten Jahren, ganz genau. Deswegen, wenn man heute Mission Impossible sagt, denkt man eigentlich nur an Tom Cruise und die Filme. Und man muss auch sagen, ihm ist ja dann auch gelungen, was vorher lange, lange Zeit niemandem so richtig gelungen ist, nämlich so eine echte und ernstzunehmende Konkurrenz zu James Bond und auch konstant und langanhaltend zu bilden. Denn man muss ja sagen, die Mission Impossible-Reihe, natürlich alle Filme absolut erfolgreich, aber auch sehr, sehr hochwertig, was ja auch am Anfang gerade auch so ein bisschen dadurch verwirklicht wurde, dass man wirklich auch jeden Film von einem anderen Regisseur hat inszenieren lassen, die dann immer so nochmal einen anderen Zugang auch zu dieser Reihe hatten, immer den nochmal neuen Dreh gegeben haben. Dann parallel zu Bond ist natürlich einerseits das ikonische Titelthema, das gab es übrigens ja auch schon genauso in der Ursprungsserie von Lalo Schifrin, einem bekannten Komponisten. Die exotischen Schauplätze gibt es auch ebenso wie bei Bond. Natürlich grandiose Action-Szenen, da muss ich sogar sagen, wenn man jetzt so die Zeit ab Mitte der 90er nimmt und da mal die James-Bond-Filme daneben liegt, dann waren jetzt gerade jetzt wahrscheinlich zuletzt die Mission Impossible-Filme da sogar noch spektakulärer und ziemlich parallel zu Top Gun hat Tom Cruise dann auch wieder neue Filme der Mission Impossible-Reihe gedreht, da ist er nochmal zum krönen Abschluss, denn auch Tom Cruise, muss man sagen, wird ja nicht jünger, deswegen soll es wohl jetzt dann wirklich langsam mit der Mission Impossible-Reihe dem Ende zugehen und da hat man sich dann nochmal so einen zweiteiligen Abschluss überlegt und die Filme kommen dann, so ist es geplant, 2023 und 2024 in die Kinos. Ja, und was gab es dann abseits von Mission Impossible in den letzten Jahrzehnten noch? Noch mal genremäßig was ganz anderes, der Film Ice White Shut, das wäre so eine Adaption der Traumnovelle von Arthur Schnitzler, der ein oder andere durfte oder musste es vielleicht in der Schule lesen, das ist so eine typische Schullektüre und es war auch zugleich der letzte Film von Stanley Kubrick, ja auch absolute Regie-Ikone und auch eine weitere Zusammenarbeit des damaligen ja auch Traumpaars von Hollywood, muss man sagen, denn er war ja einige Jahre mit Nicole Kidman zusammen, die beiden hatten ja auch zusammen Tage des Donners schon gedreht und 2004 kam es dann zu einem Film, der auch nach wie vor so stilistisch für mich so einer der stärksten Thriller der letzten 20 Jahre im Grunde ist, Collateral von Michael Mann. Ja, ganz toller Film und ich erinnere mich auch, also erstens erinnere ich mich, ich habe ihn auch im Kino gesehen und war auch echt überzeugt und ich erinnere mich eben auch, dass man auch in der Presse damals schon so ein bisschen gesagt hat, ah, da spielt Tom Cruise jetzt mal eine andere Rolle und zwar ohne, dass er jetzt komplett aus dem Genre ausbricht, sondern es ist ja wieder ein Unterhaltungs-Action-Thriller, den wir haben, aber er ist da so ein ganz komischer anderer Typ, also kein Sympathieträger, sondern so ein ganz schwer einzuordnender Typ, der da irgendwie mit Jamie Foxx im Taxi herumfährt. Ich glaube, er ist ja ein Killer auch, glaube ich, an dem er da gespielt und irgendwie also sehr schwer greifbar, aber eben ja sehr faszinierende Darstellung fand ich durch Tom Cruise, gerade auch wenn man so seine Rollengeschichte von vorher so kennt, also wirklich sehr interessant und genau, der Sympathieträger war im Film dann eben Jamie Foxx, der ja wiederum, und das ist auch ganz witzig, dann später ja auch eine jahrelange Beziehung zu der Ex-Frau Tom Cruise, nämlich Katie Holmes dann unterhielt und ja, 2008 ging es dann noch wieder mit einem ganz anderen Film weiter, wieder so ein bisschen das anspruchsvollere Fachoperation bei Kyre, das Stauffenberg-Attentat, kann ich mich auch noch ganz gut erinnern, war ich damals auch im Kino, aber man muss sagen, das war auch so ein bisschen so eine Zeit, wo es so die Karriere so einen kleinen Knick nahm, so ich sag mal so grob 2007 bis 2011, man dachte so, ah, die ganz große Zeit von Tom Cruise ist irgendwie vorbei, die Riesenmassen, wie jetzt vielleicht in den 80er, 90ern, kriegt der nicht mehr so an die Kassen, ich glaub 2006 hatte dann ja Paramount auch eine langjährige Zusammenarbeit erstmal so aufgekündigt, das waren alles so Anzeichen und der Wendepunkt war dann im Grunde Mission Impossible Phantom Protokoll, wo er es dann wieder allen sozusagen gezeigt hat, ja auch mit famosen Stunts auf dem Bush Khalifa in Dubai und von da an ging es eigentlich wieder weiter, wie man es vorher aus seiner Karriere kannte und das hält ja im Grunde auch bis heute an und dann gab es eben dann nochmal die Jack Reacher-Reihe, die er etabliert hatte, die ich auch sehr toll finde, so ein bisschen bodenständigere Action-Krimis oder auch der Film Barry Seale aus dem Jahre 2017, so eine absolut wahnwitzige Abenteuer-Komödie über das Leben eines Drogen- und Waffenschmugglers, die auch wirklich auf wahren Begebenheiten beruht, wenn man den Film sich anschaut, man glaubt es gar nicht, man glaubt es kaum, kann ich auch absolut empfehlen. Ja, soviel ein kurzer Überblick zu Tom Cruise und jetzt müssen wir nochmal natürlich auch die Figur, so ein bisschen, wie er spielt, den Mavericks ein bisschen näher auseinandernehmen und wenn ich da so eine erste Assoziation zu ihm wäre, so für mich, das ist ein Draufgänger, also der scheut kein waghalsiges Manöver in der Luft, und er sucht ständig den Nervenkitzel, ist absolut ehrgeizig, das hat ja schon in der Inhaltsangabe gesagt, er will wirklich der beste Pilot bei Top Gun werden, dem Ort, der irgendwie alles unter. Er ist sehr selbstbewusst, wenn man es positiv ausdrücken möchte, allerdings auch mal hart an der Grenze zur Überheblichkeit, würde ich jetzt auch mal sagen, also er hält sich wirklich für den besten Piloten, ist total von sich überzeugt und auch diese Eroberohnung dann der Figur von Kelly McGillis, Charlotte, das ist so, wenn man ihn so sieht im Film, irgendwie so nach dem eigenen Selbstverständnis, so eine Kleinigkeit, so nach dem Motto, das macht er nochmal so nebenbei, während er da so zum besten Piloten da irgendwie avanciert und entsprechend überhedlich tritt er dann ja auch gegen ihr auf, da sind ja dann auch diese Szenen in der Bar, wo er sie ja ziemlich plump irgendwie anbaggert und ja, was auch, finde ich, so ein bisschen zum Schwunzel einlässt, ist ja wirklich dieses breit aufgesetzte, ja fast schon Signaturgrinsen, was da Tom Cruise permanent aufsetzt und dann gerne auch da irgendwie mit Sonnenbrille und Kaugummi kauenderweise, also das ist schon, ja, muss man dann durchaus schwunzeln. Ja, also kann ich nur total einsteigen in das Lied, dass du da auf diese Figur hier singst, das ist auch genau mein Eindruck. Also die Figur Maverick, die wird ja ohne Umschweife als natürlich Held erstmal gezeichnet, weil ganz am Anfang des Films, die ersten Fliegerszenen, da setzt der Maverick ja sein Leben aufs Spiel, um einen Kollegen ja quasi zu retten, der da so ein Blackout hat nach diesem doch sehr aufregenden Einsatz, wo eben dieser sowjetischen MiG begegnet wird. Und er macht aber ja dann auch so das ein oder andere Sperenzien, das heißt, man kriegt ja dann mit, der wird da so ein bisschen verwarnt, aber auch nicht zum ersten Mal und deswegen, ja, Draufgänger, oder ich hatte mir hier so Typ liebenswürdiger Troublemaker auch notiert. Und es wird ja dann auch seine Personalakte zitiert, wo es unter anderem heißt, er hätte die Tochter vom Admiral angebummst, was auch immer das so genau zu bedeuten hat. Man muss dann aber sagen, diese Szenen nach Ankunft in dieser Elite-Schule, also bei Top Gun, da ist dann so der Sympathiefaktor dann doch mehr und mehr so wirklich auf dünnem Eis, also liebenswürdig ja, aber es ist dann kurz davor so ein bisschen zu kippen, weil er ist eben so grenzenlos von sich selber überzeugt, sei es jetzt als Pilot oder auch in seiner Wirkung auf Frauen, von der er ja total überzeugt ist. Und ich sag mal, diese Gesangsnummer da im Club, ja, da muss dein Selbstbewusstsein schon über alle Maßen groß sein. Und spätestens, als er dann da Charlie wirklich noch, um weiter zu baggern, auf die Darmentoilette folgt, spätestens da ist es dann so ein bisschen vorbei und man denkt, ja, vielleicht hätte es ein bisschen weniger sein dürfen. Später wird ja dann auch nochmal so ein bisschen bedeutungsschwanger dann angedeutet, das hat irgendwie alles einen Grund, dass der auch so ein bisschen rebellisch ist, denn der Vater war auch in der Navy, ist aber dann, also auch als Flieger und ist bei irgendeinem Einsatz verschwunden und es kursieren ja so Gerüchte, warum das denn so gewesen ist, ob er sich da irgendwie richtig verhalten hat. Und, ja, das hat in ihm dann wohl irgendwas hinterlassen, dass er da irgendwie den Eindruck hat, er muss da auch immer so ein bisschen rebellieren und gegen die Regeln verstoßen hier und da. Ja, bleibt so ein bisschen vage irgendwie, aber es genau wird angedeutet und dient so ein bisschen als Erklärung vielleicht für dieses Vorverhalten, ja. Ja, und dann Charlie, die ja eben in dieser Bar angesprochen wird und dann im weiteren Verlauf ja auch noch eine gewichtige Rolle spielt, wird ja gespielt von Kelly McGillis und da wollen wir natürlich auch nochmal ein paar Worte verlieren. So in der Wahrnehmung, bei größeren Filmen ging es bei ihr letztlich 1985 los, Der einzige Zeuge, Neo-Noir-Thriller mit Harrison Ford. Da hat sie eine Golden Globe-Nominierung auch für ihre Nebenrolle da bekommen und das ist sicherlich, ja, neben Top Gun so ein Film, der jetzt wirklich auch heute noch sehr prominent ist. Top Gun war aber dann eher wirklich der Film, wo man sagen kann, das war so ihr Durchbruch. Dadurch ist sie populär geworden, auch dann ganz kurios finde ich ja immer, man kann ja immer so nachlesen, wer dann zu welcher Zeit auch den berühmt-berüchtigten Bravo-Otto, ja, also ein ganz, ganz gewichtiger Preis. Aber er sagt natürlich aus, wer war wirklich populär, ne. Und Kelly McGillis hat ab 1986 dann, also hier zur Top Gun-Zeit, zwei Jahre am Stück den Bravo-Otto als beste Schauspielerin bekommen. Das ist ja, glaube ich, immer eine Leserwahl. Und sogar noch 1988 war sie als beste Schauspielerin noch nominiert. Also enorme Prominenz auch beim deutschen Publikum eben. Ja, und im weiteren Verlauf, sie ist lange noch aktiv gewesen vor der Kamera. Allerdings jetzt so ein Hit, wie es Top Gun war, der ist dann eigentlich nicht mehr gekommen. Es gibt noch interessante Stationen. 1988 so ein Neo-Noir-Thriller mit Jeff Daniels in der Hauptrolle das Haus in der Carroll Street. Dann 1988 angeklagt, ein Justizdrama um ein Opfer einer Gruppenvergewaltigung, also auch ein echt schwerer Film mit einem schweren Thema, gespielt von Jodie Foster. Die hat man da vielleicht noch stärker bei dem Film in Erinnerung. Die Kelly McGillis spielt hier die Staatsanwältin. Und zuerst war es wohl so, dass sie den Part von Jodie Foster übernehmen sollte, für den Jodie Foster, glaube ich, mit Preisen dann auch hoch und runter ausgezeichnet werden sollte noch. Allerdings hat Kelly McGillis diesen Part abgelehnt, weil sie im Zuge oder zu dieser Zeit dann auch öffentlich machte, dass sie 1982, also ein paar Jahre vor Top Gun, selber mal Opfer einer Vergewaltigung wurde. Also wenn man da so 86 dann die schillernde Kelly McGillis da in diesem Film sieht und dann wieder sowas liest und hört, dann weiß man also ja im Hintergrund war das in ihrem Leben dann wohl auch nicht immer ganz so einfach. Nichtsdestotrotz hat sie sich da nicht davon abbringen lassen, dann eben noch eine längere Karriere im Fernsehen, in Film und Fernsehen zu machen. Allerdings, wie gesagt, in den 90er Jahren war es dann mit großen Kinorollen dann nicht mehr ganz so viel. Sie war in Nebenrollen immer mal wieder präsent und sie hat viel im Fernsehen dann auch gemacht. Aber es waren dann auch wirklich ein paar Flops bei. Also 94, der sticht vielleicht ein bisschen negativ heraus. Der Film North mit Elijah Wood und Bruce Willis, ist also auch durchaus prominent besetzt. Der war nominiert für sechs goldene Himbeeren. Also das ist auch meine Ansage. Wohlgemerkt war Kelly McGillis jetzt nie persönlich für eine goldene Himbeere nominiert. Letztlich in der Fortsetzung jetzt von Top Gun, da findet sie nicht statt. Da hat sie dann kritisch und auch durchaus zynisch gesagt, ich bin alt und fett und sehe altersgerecht für mein Alter aus und darum geht es in Hollywood einfach nicht. Und sie liegt natürlich insofern mit der Kritik nicht verkehrt, dass natürlich jetzt die Rolle, die man dann in dem neuen Film sieht, natürlich auch so sehr konform in das Hollywood-Bild passt. In so einem Actionfilm, wo dann wieder eine Romanze auch stattfindet. Und da hat man sie dann nicht mehr für angefragt. Ja, und wenn wir jetzt zu ihrer Figur im Film kommen, das ist ja die Charlotte, genannt Charlie Blackwood, und da muss man sagen, auch so der erste Eindruck, die wirkt nach außen denn absolut tough. Und ist ja auch am Anfang erst mal recht abweisend gegenüber Maverick. Da gibt es dann so einen Dialog nach so den ersten Begegnungen, wo sie ihn fragt, sind Sie ein guter Pilot? Und er antwortet so mit Ja. Und dann sagt sie so, gut, denn als Sänger würden Sie verhungern. Das war dann so in diesem Nachgang an diese Szene, wo er sie da mit so einer Gesangsnummer so ein bisschen plumpen hat anbaggern wollen. Und da merkt man also so ganz so leicht, macht sie es ihm dann doch nicht. Aber letzten Endes verliebt sie sich natürlich dann doch in ihren Auszubildenden, den Maverick. Was ich dann auch so ganz geschickt fand, war dann, dass dann relativ früh schon so eine typische Romantikszene angetäuscht wird und diese Erwartung dann aber zunächst mal dann doch nicht erfüllt wird. Da geht er dann abends einmal dann doch irgendwie noch weg, als schon so diese romantischen Töne so angespielt werden. Das fand ich so ganz gut. Dann kommt es im Endeffekt natürlich dann doch wieder zu so einer, wie ich finde, sehr, sehr schwülstigen Liebesszene, wo man auch dazu sagen muss, die ist erst nachträglich gedreht worden. Da gab es wohl dann ja diese typischen Pre-Screenings in diversen Städten. Und da kam dann wohl irgendwo die Rückmeldung, so eine schöne Romantikszene, die fehlt aber doch noch. Und da hat man dann Tom Cruise, der eigentlich schon am Set für die Farbe des Geldes war, nochmal vor einem Tag zurückgeholt. Und Kelly McGillis auch. Und hat dann eben diese, ja, wie gesagt, in meinen Augen sehr, sehr schwülstige Liebesszene noch gedreht. Ja, man sagt, wenn man genau hinguckt und so ein bisschen die Frisuren beachtet oder so, dann kann man es, glaube ich, erkennen. Genau. Ja, dann wollen wir mal schauen, wen gibt es sonst noch in dem Film zu sehen. Und das sind natürlich vor allem dann die anderen Piloten und so sein Best Buddy. Das ist ja der Nick, genannt Goose Bradshaw. Und der wird gespielt von Anthony Edwards. Der hat auch, ja, eine durchaus lange Hollywood-Karriere noch hingelegt. Ist jetzt aber nie, also spielt dann meistens Nebenrolle so zweiter, dritter Mann. Aber im sehr prominenten Film auch. Der Klient ist ja auch eine andere John Grisham-Verfilmung. In dem Fall von 1994 von Joel Schumacher, da ist er dabei. Dann David Fincher, auch ein ganz großer Name unter den Regisseuren. Da war er 2007 dabei bei Zodiac, Spur des Killers. Aber ganz vielen dürfte er auch bekannt sein aus dem Fernsehen, nämlich aus der ja extrem langlebigen und berühmten Serie Emergency Room. Und da hat er eine der gewichtigsten Rollen gespielt in den ersten acht Staffeln. Und das sind, denke ich, auch die bekanntesten, nämlich die Hauptrolle des Dr. Green. Ja, und im Film ist er natürlich, wie wir auch schon angesprochen haben, der Co-Pilot, beziehungsweise wie man in der ersten Filmung hier noch sagt, Flügelmann von Maverick. Und ja, sein Tod ist dann eben dieser schwere Schicksalsschlag und auch der Wendepunkt im Film. Und wer natürlich auch noch eine ganz zentrale Rolle im Film hat, das ist Val Kilmer, der ja den Konkurrenten Iceman spielt. Und Val Kilmer, muss man sagen, heute jetzt in den letzten knapp 20 Jahren jetzt vielleicht nicht mehr ganz so präsent, aber gerade in den 80er, 90ern war das schon auch ein richtig großer Star. Und was man eben auch immer so ein bisschen über ihm gesagt hat, ja, er galt und gilt als durchaus schwierig, hatte früher auch oft Probleme mit den Regisseuren. Und in jüngerer Zeit war natürlich dann vor allem in den Schlagzeilen auch wegen seiner schweren Krankheit, die man dann ja auch in dem neuen Film ja gewissermaßen so ein bisschen eingebaut hat. Und was ganz interessant ist, einer ist ja auch so einer weiteren größeren Erfolge, die man zum Beispiel nennen kann, ist eine Zusammenarbeit auch mit Tony Scott, nämlich der Film True Romance, wo ja auch Quentin Tarantino dann schon das Drehbuch beigesteuert hat. Dann war auch einmal Batman in dem Film Batman Forever 1995. Und da gab es auch wieder zum Beispiel einen Konflikt mit dem Regisseur Joel Schumacher, der dann dazu geführt hat, dass er dann im Folgefilm Batman & Robin dann das Kostüm gewissermaßen an George Clooney übergeben musste, worüber er vielleicht jetzt auch nicht ganz so traurig ist, denn der Film Batman & Robin von 1997... Steht nicht ganz hoch im Kurs, ne? Genau, der hat auch so seinen ganz speziellen Ruf weg. Ich denke mal, das kann er wahrscheinlich versperzen. Ein Film, den er wahrscheinlich sehr gerne in seiner Filmografie wiederum hat, ist dann Heat, auch so ein Meilenstein des Actionfilms, denke ich, kann man sagen. Auch wiederum Regie Michael Mann, also auch der Mann hat so das ein oder andere vorzeigwürdige Werk hervorgebracht. 1997, dann noch ganz interessant, gab es eine Neuverfilmung von der TV-Serie Simon Templar, nämlich The Saint und 2005. Das ist, glaube ich, ein Film, der dir auch ganz gut gefällt. Das ist Kiss Kiss Bang Bang, ne? Ja, ich glaube, ich hatte ihn, oder wir hatten ihn im Zuge der Lethal Weapon-Besprechung angepriesen, weil er eben auch von Shane Black ist, der bei Lethal Weapon Drehbuchautor war, aber bei diesem Film Kiss Kiss Bang Bang dann auch sein Regiedebüt gegeben hatte. Und da spielt Val Kimmer eben auch eine sehr interessante, durchaus kuriose Rolle. Kann man tatsächlich auch, ja, sehr zu empfehlen, der Film. Er ist nicht ganz so berühmt geworden, glaube ich, insgesamt. Ja, ist noch sowas, was man wahrscheinlich unter Geheimtipp verbuchen kann. Und dann eben noch vielleicht einen letzten zu nennen, weil es auch wieder eine Zusammenarbeit mit Tony Scott war, haben wir eben schon genannt, Déjà Vu. Da hat Tony Scott ihn dann auch nochmal so in einer Nebenrolle dazugeholt. Und ja, zur Figur Iceband haben wir auch schon gesagt, das ist so der Konkurrent. Das wird auch von der ersten Szene irgendwie so, ja, maximal dem Publikum klargemacht. Das sind die kommenden Feinde irgendwie. Und auf der anderen Seite muss man sagen, gewisse Gemeinsamkeiten verbindet sie. Sie kauen, ja, gefühlt permanent Kaugummi, tragen gerne Sonnenbrillen, sind eben beide sehr ambitioniert auch. Und was man auch noch dazu sagen kann, ganz nett, also passend zur Rivalität im Film, soll es wohl auch am Set relativ eisig zwischen den beiden zugegangen sein. Da hat wohl aber auch der Kilmer dem Ganzen wieder so ein bisschen Vorschub geleistet, hat sich wohl so ein bisschen im Method-Acting geübt und ist quasi ja auch am Set so in die Rolle des Iceman übergegangen. Und ja, ich muss sagen, die Figur des Iceman hier im Sinne der Charakterentwicklung ist es eigentlich der spannendste Part, denn da verändert sich ja so ein bisschen die Rolle und auch die Wahrnehmung auf diese Figur durch Maverick. Der Iceman wird ja erst mal hier als so ein Antagonist eingeführt, habe ich das Gefühl. Also man kriegt einmal die Tom-Cruise-Figur präsentiert, was sie doch für ein toller Hecht ist. Aber wenn man mal überlegt, was er dann in diesem Film dem Maverick da so vorwirft, eigentlich stimmt das meistens. Also einmal so dieses unnötige Eingehen von Risiko, denkt man so, ja doch, ist doch so und kritisiert da so seine Alleingänge, auch das zu Recht. Und im Laufe des Films wandelt er sich ja dann fast schon zu so einer Mentorenfigur. Und ganz am Ende gibt es ja dann irgendwie auch die gegenseitigen Respektsbekundungen. Oder ich glaube auch schon nach dem Tod von Guus wird dann Mitleid bekundet und schließlich gratuliert dann Maverick andererseits zu diesem Titel, den die ja da unter sich ausmachen. Also am Ende ist dann so, das symbolische High Five gibt es dann. Die sind dann auch ein gutes Team. Ja, und vielleicht noch eine Schauspielerin zu nennen hier aus dem Cast, weil es auch ein großer Name ist, Mc Ryan. Allerdings 1986 hier bei Top Gun war sie noch nicht berühmt. Das ist im Prinzip auch eine kleine Nebenrolle. Mc Ryan wurde ein paar Jahre später, 1989 dann vor allem mit dem Film Harry und Sally berühmt. Das war ihr Karrieredurchbruch und dann gab es da wirklich auch eine große Karriere. Vielleicht, weiß nicht, ob wir mal einen Mc Ryan-Film haben, aber das wäre jetzt ein Anlass, dass man ihre Karriere noch mal tiefer und genauer beleuchtet. Machen wir jetzt in dem Fall vielleicht nicht, weil sie hier auch einen kleinen Part hat. Aber es ist interessant, dass sie eben hier vor ihrem Durchbruch zu sehen ist. Und auch neben dieser Barszene so eine Szene, die ein bisschen kurios ist. Nach dem Tod von Goose, sie ist ja die Witwe von Goose, da sitzt sie da mit diesen dann vaterlosen Kindern da und Maverick kommt dann rein. Und der Dialog, den die beiden haben, konzentriert sich halt sofort wieder auf die Fliegerei. Und man hat den Eindruck, eigentlich spendet sie ihm jetzt Trost und baut ihn dann wieder so auf, dass er da in seinem Job weitermacht. Und sie sagt dann auch so, ja, er würde dich vermissen. Aber er wäre weitergeflogen, wenn es andersrum gekommen wäre. Und von ihrer Situation ist so gar keine Rede. Wenn man so drüber nachdenkt, echt fast schon bizarr. Ja, absolut. Ja, kuriose Szene. Und genau, wie immer, aber jetzt nachdem wir so die wesentlichen Mitwirkenden und ihre Figuren im Film immer so durchgegangen sind, nochmal auf so ein paar, ja, für uns gewichtige Szenen nochmal zu sprechen kommen. Und wenn ich dann so an Top Gun und diese, ja, bemerkenswerten Szenen denke, dann fällt mir eigentlich sofort die Öffnungssequenz ein. Diese Bilder auf dieser Startrampe, untermalt von dem Song Danger Zone. Das katapultiert einen irgendwie so direkt ins Geschehen. Man ist mittendrin. Auf der anderen Seite auch hier schon irgendwie ziemliche Steilvorlagen für Parodien. Das hat man auch bei Hot Shots, dem Film von Charlie Sheen, ja auch dann dankt angenommen, wo er dann irgendwie eher auch zum Beispiel auf so ein Motorrad fährt, aber dann irgendwie so eine Tempo-15-Zone und dann irgendwie von so Stoppern gebremst wird. Oder auf dieser Startrampe dann Leute von der heißen Luft, die da aus den Flugzeugen kommt, dann irgendwelche Grillwürstchen daran grillen. Ja, das ist ganz fantastisch. Ich glaube, zwei tragen dann irgendwie auch so eine Rakete und laufen dann mit den Raketen. Ja, oder machen irgendwie Ratschläge irgendwie über die Rampe oder irgendwie so. Also das ist ja ganz nett gemacht. Ja, total. Aber das ist genau der Punkt, weil diese Parodie funktioniert dann halt auch nur, weil eben diese Originalbilder hier so berühmt geworden sind und auch so ikonisch sind. Und das ist ja im Prinzip eben auch schon gesagt, der Tony Scott hatte da eben auch ein Auge für. Wir haben darüber gesprochen, er hatte diese Werbevergangenheit und das sind hier wirklich Beauty-Shots von diesen Starts, von diesen Landungen und einfach toll montiert dann auch die Bilder in der Abendsonne, wie das gegeneinander geschnitten ist, der Musikeinsatz dann auch, wie das übergeht von dieser Filmmusik dann zu Filmsong und so. Das hat man schon hier echt gut gemacht. Und auch so eine Szene, die absolut berühmt geworden ist, wo ich auch immer, ja, ja, absolut schmutzeln muss und jetzt auch mal nicht so richtig weiß, was war so dadurch, die absolute Intention da letztlich hin. Die war als diese Volleyball-Szene, wo ja wirklich, ja, diese komplette Top-Gun-Truppe da, ja, gefühlt mit einer Flasche Sonnen- oder Babyöl auf den muskelbepackten Körpern dann so in Zeitlupe da irgendwie so ein Volleyball-Spiel veranstaltet, ja, auch wieder so ein Kuriosum für sich irgendwie, ne. Ja, und das waren eigentlich schon die wesentlichen Elemente, ne. Du hast das im Zuge unseres Besuchs der Neuverfilmung ja so schön gesagt, alles, was in der Luft ist, ist spektakulär und alles, was am Boden ist, so, da schmunzelt man auch mal. Das sind, glaube ich, so die zwei Felder, die man hier hat. Insofern gibt es jetzt gar nicht so viele Szenen, die man, glaube ich, nochmal benennen kann, aber es wiederholen sich ja dann diese Flug-Szenen, die gibt es ja dann, gibt es ja nochmal das große Finale, dann gibt es, glaube ich, im Mittelteil auch nochmal so Flugmanöver und, ja, vielleicht verliere ich da nochmal dann zwei Sätze dazu, weil dieses Handwerk, ne, Kombination, Regie, Kamera, Schnitt, das ist wirklich gut gemacht, da ist ja auch viel Echtes bei, ne. Du hast eingangs gesagt, sogar die Schauspieler sind ja in die Luft gegangen und zwar nicht nur, weil sie sich geärgert haben, sondern auch mit den Jets. Aber man hatte auch echt viel tolles Material gedreht und zwar ohne Greenscreen, also Luftaufnahmen, der Manöver. Man hat POV-Einstellungen, wo man die Piloten dann eben im Cockpit sieht. Man hat aber auch so Onboard-Kameras, die dann eben genau in die andere Richtung, wo man die Flugzeugspitze noch sieht und dann quasi Onboard mit dabei ist und natürlich diese Silhouetten dann vor dem Horizont, teilweise in der Abendsonne immer mal wieder. Das ist sicherlich das, was auch einfach in Erinnerung bleibt, zusammen im Zusammenspiel dann eben auch mit der Musik und da können wir sicherlich ja auch nochmal ein paar Punkte machen. Genau, hier und da angeklungen ist es schon. Maßgeblicher Aspekt auch, denke ich mal, der zum Erfolg damals beigetragen hat, zu diesem massiven Erfolg und die Musik wurde ja beigesteuert von Harold Faltermeier, einem Deutschen, der dann auch zeitweise in Hollywood richtig Karriere gemacht hat und er hatte ja schon zuvor auch mit XLF im Zusammenhang mit dem großen Erfolg bei Billy Hills Cop da so ein Titelthema vorgelegt, was ja auch jedem wahrscheinlich etwas sagt, der sich ein bisschen näher mit Filmen beschäftigt und ja, was hat er sonst noch so gemacht, vielleicht ganz kurz, 1984 die Komödie Fletch der Troublemaker mit Chevy Chase, da war er natürlich auch an der Fortsetzung mit Billy Hills Cop 2 dabei, Running Man mit Arnold Schwarzenegger, da war er für die Musik zuständig, Tango und Cash, das hatten wir glaube ich auch schon mal bei Liesl Wepness, auch eine dieser typischen Buddy-Action-Komödie mit Sylvester Stallone und Kurt Russell und dann wurde es so ein bisschen ruhiger, hat es auch teilweise ins deutsche Fernsehen dann mal wieder verlagert, dann wurde er nochmal reaktiviert, 2010 für die Action-Komödie Cop Out mit Bruce Willis, wo man so ein bisschen so einen Retro-Sound haben wollte, da hat man sich an ihn nochmal zurückerinnert, ja und wie gesagt, also XLF und bei Beverly Hills Cop und seine Arbeit an Top Gun, das sind wahrscheinlich so seine zentralen Werke und ja, man muss auch sagen, ähnlich wie XLF vielleicht nicht ganz so, aber trotzdem auch die Top Gun Anthem, die hat er zusammen mit Steve Stevens, dem Gitarristen von Billy Idol übrigens komponiert und die geht auch total ins Ohr, finde ich und was noch ganz interessant ist, dieses Titelthema hatte er tatsächlich schon vor Drehbeginn fertig, was ja auch eher ein ungewöhnlicher Ansatz ist, ob wird es ja dann im Nachgang gemacht und ja, Tom Cruise und die Polizisten waren auch auf Anhieb ja, total begeistert davon und auch generell beim Soundtrack, muss man sagen, hat man so ein bisschen so eine andere Herangehensweise für die damalige Zeit gewagt, man hat Komponisten wirklich die Szenen des Films dann sichten lassen und hat dann sie entsprechende Lieder komponieren lassen. Früher war es wohl eher noch so, man hat irgendwelche Lieder gekauft, die vielleicht auch auf irgendwelchen Alben dann nicht gelandet sind, übergeblieben sind von irgendwelchen Künstlern, die man dann billig bekommen konnte. Hier hat man, wie gesagt, diesen Weg eingeschlagen und man muss einfach sagen, der ganze Soundtrack, die Musik hat einfach auch den Nerv der Zeit getroffen. Der Soundtrack wurde dann auch ein absoluter Verkaufsschlager, hat ja auch mehrere erfolgreiche Single-Sams vorgebracht. Danger Zone habe ich schon angesprochen. Das andere war natürlich Take My Breath Away, der andere große Hit. Also auch, ich glaube, jahrelang nach dem Film auf diesen typischen Samplern, die da irgendwie so Namen wie Kuschelrock und was es da irgendwie alles gab, dieser Song war da immer sicher dabei. Ja, absolut. von der Band Berlin und das ist ja auch, glaube ich, unter anderem in dieser sehr schnulzigen Liebesszene, also das trägt dann nochmal so zu dem Gesamteindruck in dieser Szene bei, wo man da so denkt, naja. Aber man muss sagen, für die Band Berlin, so hieß die Band, war es ein Riesenerfolg, aber es hat auch letztlich so ein wenig zur Spaltung beigetragen, weil es war wohl so, die Sängerin war wohl total begeistert davon, aber so unter den anderen Bandbildern war es dann so ein bisschen so, dass sie gedacht haben, ja, hm, okay, das ist jetzt wahrscheinlich so ein Song, den können wir jetzt über Jahrzehnte bei jedem Konzert spielen und so richtig Bock haben wir da eigentlich auch nicht drauf. Und ja, da hat man sich früher oder später auch auseinander dividiert und war die Band dann auch relativ schnell wieder Geschichte. Ich glaube, später gab es auch nochmal eine Reunion, aber jedenfalls, genau, der Soundtrack ein absoluter Verkaufsschlager und maßgeblicher Aspekt zum Erfolg des Films. Und ich denke mal, da können wir jetzt auch an dieser Stelle ganz gut zum Fazit eigentlich schon mal überleiten. Ich denke, die wesentlichen Aspekte haben wir genannt. Ich denke mal, was auf jeden Fall der Film auf seiner Haben-Seite hat, das ist, was du ja auch gerade gestellt hast, sind die beeindruckenden Flugszenen, eben gerade nicht Greenscreen und dergleichen, sondern für damalige Zeit wirklich absolut beeindruckend gefilmt. Die Optik, die absolut ikonisch ist. Der Film ist auch insgesamt, muss man einfach sagen, absolut kurzweich. Da geht zwei Stunden, das vergeht wirklich im wahrsten Sinne des Volkes wie im Fluge. Und letztlich auch irgendwie absolut, auch definitiv so ein Bestandteil der 80er-Popkultur. Nicht zuletzt eben auch aufgrund der Musik, der Mode und dem ganzen Einfluss, den er auch hatte. Ich muss unterm Strich trotzdem sagen, wenn ich so an die Filme von John Cruise und auch an Tony Scott denke, da gibt es jeweils einige Filme, die mir unterm Strich noch besser gefallen, was natürlich auch wiederum dafür spricht, dass die Filmografie von Tom Cruise und auch Tony Scott jetzt nicht die verkehrteste ist, weil der Film hier Top Gun natürlich irgendwo schon sehr pathetisch ist. Ich meine, so ein gewisses Pathos kennt man von amerikanischen Filmen, gerade wenn es dann so ein bisschen ins Militär geht, aber hier ist es schon teilweise extrem. Dann auch, wie haben wir auch schon anklingen lassen, auch mitunter eben unfremmlich komische oder nicht so überzeugende Momente. Einerseits die schwülstige Liebesszene, dann auch für mich diese 180-Grad-Wende in der Beziehung Maverick-Iceman. Erstens die großen Feinde und am Ende kommt ja dann Bill Kilmer zum Tom Cruise und lädt ihn irgendwie ein, ja, willst du nicht mein Flügelmann werden? Auch was für ein Satz übrigens. Oder sie lernen sich da gegenseitig zu ein und haben dann nur noch lächelnd für sich über. Und da gibt es die High-Five-Aktion, und wie du schon sagtest, das ist dann irgendwie auch alles so ein bisschen, ja, weil es eben so sein muss irgendwie, also überzeugt wie nicht so ganz. Aber wie gesagt, unterm Strich absolut kurzweilig und kann man sich gut und gerne mal anschauen, wenn man wieder Lust auf so ein typisches 80er-Jahre-Produkt hat. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also man kann natürlich die ein oder andere Szene herausgreifen, so wie wir das eben jetzt in unserer Besprechung auch gemacht haben, wo man, ja, drüber schmunzelt. Auf der anderen Seite Attest, ne, kurzweilig, actionreich, unterhaltsam. Das kann man hier auf jeden Fall geben. Und ich finde immer so, als relativ früher Film hier von Tony Scott, sein Bruder Ridley, du hattest ihn ja erwähnt, hat dann vielleicht mit sowas wie Alien eben, sag ich mal, die unkonventionelleren Filme gemacht, wo der eine oder andere sagt, das ist vielleicht besonderer. Auf der anderen Seite, Tony Scott wendet hier eben so diese Genre-Prinzipien, diese Action-Formel mit noch den Zutaten, die dazukommen, die wendet er halt einfach optimal an. Also es ist für mich sowas, wo man sagt, ja klar, der hat sich hier für mehr qualifiziert in dem Genre, wenn ich jetzt irgendwie ein Drehbuch hätte, wo ich sage, hm, geradlinige Action-Story, wer kann das gut inszenieren, würde man zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich immer sagen, hey, Tony Scott, der gibt ihm jeden Action-Film, der kann das so, weil das ist einfach im Prinzip, du hast ja gesagt, ohne Längen, geradlinig inszeniert, was halt vielleicht ein bisschen bleibt, ist dann dieses, sag ich mal, Geschmäckle, was wir ganz am Anfang auch besprochen haben, also Stichwort Militainment, aber es ist handwerklich ein einwandfreier Film und zu Recht auch dann irgendwo zu einem, ja, Popcorn-Kino-Blockbuster geworden. Ja, und bei dem großen Erfolg wundert es einen ja fast ein wenig, dass man dann eigentlich nicht nachgelegt hat, dass es zu keiner Fortsetzung kam, wobei Tom Cruise ja auch gesagt hat, als er den Film angenommen hat, dass es für ihn nie so die klassische Franchise eigentlich war und deswegen hat man ihn ja wohl auch immer wieder darum gebeten, komm Tom, mach doch nochmal und er hat das erst immer so ein bisschen von sich gewiesen, anders als er bei Mission Impossible oder Jack Reacher, wo es dann zügig zu Fortsetzungen kam und bis heute auch kommt, aber irgendwann hat er dann doch nachgegeben, aber man muss sagen, das war dann trotzdem nochmal ein richtiger Akt, bis der Film jetzt vor ein paar Wochen bei uns in die Kinos gekommen ist, weil selbst Tony Scott, der ja 2012 schon verstorben ist, war schon an den ersten Teilen der Vorproduktion noch beteiligt, also das ist ja schon zehn Jahre tot, da sieht man das schon und es gab auch auf der Blu-Aid zum Beispiel so ein Featured von 2016, 30 Jahre Top Gun, wo Tom Cruise auch schon erzählt hat, ja, wir sind jetzt beim Ausarbeiten des Drehbuchs und bin optimistisch und da hat es ja auch nochmal sechs Jahre gedauert, was zum Teil auch, muss man sagen, mit der Corona-Pandemie zu tun hat, denn der sollte auch so im Frühjahr 2020 eigentlich dann endgültig starten, ist dann so ein bisschen in so eine Verschiebeschleife geraten, im Endeffekt ist er dann jetzt vor gut zwei Monaten in die Kinos gekommen und man muss sagen, er ist wirklich ein absolut Riesenerfolg geworden, vor allem in den USA, aber auch sonst, also er hat in den USA etwa am Startwochenende 127 Millionen Dollar eingespielt für Tom Cruise im Rekord, nur mal zum Vergleich, sein bisheriger Rekord lag bei 65 Millionen, das war Krieg der Welt, das ist fast schon wieder 20 Jahre her, als auch jetzt die ganzen Mission Impossible Filme dazwischen, haben dann am Startwochenende nur so halb so viel Geld eingespielt, also das finde ich schon absolut Wahnsinn und auch am zweiten Wochenende, muss man sagen, sank dann die Einnahmen nur um 29%, was wohl ein neuer Rekord ist für so einen Film, der am Startwochenende über 100 Millionen Dollar eingespielt hat, was dafür spricht, dass er offenbar eine wahnsinnig gute Mundpropaganda ja auch hatte, also kommt, wie gesagt, gerade beim amerikanischen Kino-Publikum sehr gut an und hat dann auch nach knapp drei Wochen schon das Einspiel vom letzten James-Bond-Film übertroffen, was ich jetzt, wenn man mich vorher gefragt hätte, auch nicht unbedingt erwartet hätte, also wirklich ein absolut fulminanter Erfolg. Krass, ne, weil also gerade die Bond-Filme sind ja auch dann immer sowas, wo man wirklich damit rechnen kann, die führen dann auch in den Jahrescharts, also selbst Bond-Filme, wo man jetzt nachträglich so ein bisschen sagt, naja, stirb an einem anderen Tag, die sind ja jetzt schwächer, aber die haben alle immer, glaube ich, immer den letzten übertroffen, was Einspieler gibt. Ja, absolute Bank. Und wenn man sich jetzt den Film angeguckt hat, wie wir es ja auch getan haben, muss man sagen, es ist letztlich so eine Art Mischung, also einerseits Fortsetzung, einerseits aber auch Hommage an das Original, also beides gleichzeitig. Wir haben ja auch gesagt, die ersten Momente des Films, wo wir so die ersten Szenen gesehen hatten, das könnte jetzt auch einfach eben die Ultra-HD-Version des 86er-Films irgendwie sein. Ja, total. Also man könnte böse sagen, es ist eigentlich derselbe Film nochmal mit anderen Schauspielern und so einem 2022-Filter drauf. Ja, also es ist halt wirklich so, dass ganz viele Aspekte so gespiegelt sind. Das fängt ja mal zu Anfang an, genau. Wir können ja mal den Versuch unternehmen, die Aspekte rauszugreifen. Also es gibt dann diese Anfangsszene, die ist ja, wo man jetzt das Intro natürlich bewusst auch wieder so gewählt hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt klar, da wollte man irgendwie am Anfang erinnern, aber wenn es dann so in die Story geht, dann gibt es eben erstmal so diesen ersten Beweis, die Tom Cruise-Figur, der Maverick hier, ja, der beweist jetzt erstmal seine Skills. Das war jetzt in dem alten Film da die Rettung des Kollegen mit dem Blackout und hier rettet er dann so eine Finanzierung durch seinen Einsatz da am Himmel. Das ist so eine Parallele. Dann gibt es auch wieder im Prinzip so dieselbe Anfuhr beim Vorgesetzten für dieses Verhalten. Und dann gibt es eine Barszene, die jetzt etwas anders gelagert ist als die Aspekte, die wir jetzt eben genannt haben, aber die ist schon auch wieder da, um so verschiedene Figuren dann zusammenzubringen, so wie eben in dem ersten Film auch. Genau, weil ja dann in der Bar auch die Jennifer-Conelli-Figur eingeführt wird, die ja gewissermaßen hier als Ersatz für die Kelly McGillis-Figur aus dem ersten Top Gun-Film dient. Und was ich dann, wo ich auch wieder so richtig schmunzeln musste, ist ja, er ist ja quasi dann so der Ausbilder für diese junge Truppe und kommt dann eben in die Bar, trifft wieder auf die Conelli-Figur und wird dann irgendwie rausgeschmissen, weil er dann irgendwie das Geld nicht hat für so eine Runde, die er da schmeißen muss. Und jedenfalls steht er dann draußen und hört dann so, wie in der Bar so eine Nummer gespielt wird, am Klavier. Und das ist natürlich der Sohn seines Ex-Kollegen Goose, der zufällig genau die gleiche Gesangsnummer zum Besten gibt, wie Goose vor über 30 Jahren in der Bar. Und ja, er merkt natürlich dann so, okay, das scheinen doch so die Jungs zu sein, mit denen kann ich arbeiten. Das ist wie ein so das Signal, hatte ich so den Eindruck. Das musste ich auch sehr schmunzeln. Und genau, da gibt es halt eben diesen Romanzen-Plot mit Jennifer Connelly. Das ist so ein bisschen die Spiegelei für den McGillis-Part. Dann haben wir ja auch wieder so eine Rivalität wie einst Maverick Iceman. Das sind jetzt Rooster und Hangman, die sich da so ein bisschen duellieren. Wir haben, also es sind Selbstkleidigkeiten. Wir haben ja wieder so Unterrichtsstunden im Hangar vor der amerikanischen Flagge und so einem Riesenjet. Also Wahnsinn. Wo auch dann wieder dieser Überraschungsmoment ist von den Teilnehmern, die da sitzen. Da hatte sich ja jetzt eben im ersten Film Maverick ja so gewundert, weil die quasi die Frau aus der Bar dann da die Ausbilderin oder oder weiß gar nicht, ob sie Ausbilderin ist, aber auf jeden Fall doch Ausbilderin. Und auch da gibt es jetzt die große Überraschung, weil der Typ gestern aus der Bar, der da rausgeworfen wurde, der hält jetzt hier irgendwie die Vorlesung. Also es sind schon viele Parallelen. Ja, selbst auch hier diese, ich habe es ja eben angesprochen, im ersten Film diese Beach-Bolleyball-Szene, das hat man sich auch nicht nehmen lassen, dann nochmal eine Homemarche zu bringen. Jetzt wird in dem Film irgendwie am Strand Football gespielt und bei der Musik, muss man sagen, hat man das dann auch konsequent weiterverfolgt. Man hat nämlich auch Harold Faltermeier ein weiteres Mal reaktiviert. Und man muss sagen, seit diesem ersten, seit dieser Rückholaktion damals für diesen Bruce Willis-Film Cop Out aus 2010, kam danach dann jetzt auch nichts mehr groß und dann hat man wieder quasi aus dem Ruhestand mehr oder weniger zurückgeholt. Aber um ganz auf Nummer sicher zu gehen, hat man ihm sozusagen so einen Komponisten, der aktuell hoch im Kurs steht, dazu geholt. Das ist natürlich Hans Zimmer, der auch jüngst bei James Bond im Einsatz war. Auch wieder eine ganz witzige Parallele, weil man ja auch beim James-Bond-Film gesagt hat, okay, der hat da irgendwie relativ viel altes Zeug irgendwie neu eingespielt und so ein bisschen ist es ja beim Top Gun im Film ja auch wieder. Man hat viel alte Musik verwendet, aber irgendwie so mit dem Hans Zimmersiegel nochmal obendrauf und genau, die Top Gun Anthem von Faltermeier wird natürlich eingespielt. Danger Zone hat man verwendet. Dann gab es im ersten Film ja auch schon diese Otis Redding-Referenz von diesem alten Soulstar, da wird ja dieses Sitting on the Dog of the Bay immer mal thematisiert. Dieses Mal ist der Song Tramp und gut, auf Take My Breath Away hat man verzichtet, das muss man dazu sagen, aber auch da hat man letztlich wieder so ein Äquivalent geschaffen, indem man Lady Gaga zum Schluss so eine emotionale Power-Banade singen lässt, während dann John Cruise mit Jennifer Connelly so durch die Lüfte fliegen. Also ja, da hat man nichts dem Zufall überlassen. Ja, und es wird ja schon deutlich, man hat die Formel einfach wieder angewendet und ja, kann man ja positiv sehen. Also einfach Erfolgsformel da, genutzt und das gilt, das ist wahrscheinlich einer auch der großen Vorteile von dem Film. natürlich insbesondere auch wieder für die actionreichen Flug-Szenen, weil die sind einfach wieder top und dann eben heute mit einem Standard, was auch das Kino hergibt, also Dolby Surround-mäßig, da fliegen dir die Kampfjets dann halt nur so um die Ohren, aber insgesamt eben ja, eine tolle Wirkung auch wieder hier aus Montage, Musik, eingesetzten Effekten. also wer jetzt Popcorn-Kino mag und jetzt nicht aus vorwiegend dramatischen Gründen diesen Film besucht, der wird da auf jeden Fall nicht enttäuscht, aber selbst in der Story so ein paar Punkte kann man auch reingreifen, die rausgreifen, die anders sind. Genau, da fand ich es mich auch hier so ein bisschen besser gelöst, weil im ersten Teil kann man sagen, ja, in weiten Teilen geht es ja dann doch irgendwie so nur so darum, wer ist jetzt der bessere Pilot an dieser Schule und dieses Messen und hier hat man es dann so gelöst, dass von vornherein es so ist, dass Tom Cruise diese Schüler auf so eine feste Mission, auf einen fixen Auftrag vorbereiten soll, wo man ja, finde ich, so eine Art kleinen Mission Impossible Element irgendwie reingebracht hat, weil das ja auch so eine ganz schwierige, ja fast schon unmögliche Mission ist, die sie dann zu erfüllen hat, also hat man mehr oder weniger zwei Tom Cruise Franchise so ein wenig sogar gekreuzt, kann man sagen und dadurch, finde ich, ist nochmal so ein bisschen so ein gesteigertes Spannungselement irgendwie dabei, auch dieser Showdown gerät dadurch nochmal, ja, ein bisschen effektiver, muss ich sagen und aber auch wieder Parallele, man muss halt sagen, hast du ja eben schon angesprochen, ja, in der Luft ist alles tot auf dem Boden, ja, muss man hier und da schmunzeln, es ist halt wieder auch natürlich sehr pathetisch mit und auch sehr sentimental, Preis für den besten Dialog wird der Film auf jeden Fall auch nicht bekommen, also ich erinnere mich da irgendwie an so eine Szene, wo Maverick ja dann auch wieder durch so eine rebellische Aktion dann die Durchführbarkeit von so einem Manöver beweist und dann gibt es irgendwie so Gegenschnitt, die Rekruten, die da irgendwie im Stuhl sitzen und dann gibt es einfach so, cool, boah, geil, so, das ist so der Dialog, den man da hört, aber gut, es ist ja auch okay. Genau, also unter dem Sprich würde ich jetzt sagen, also das finde ich nochmal ganz interessant, also ich hatte so den Tenor aus der Presse entnommen, so allgemein, dass man sagt, okay, der neue Teil übertrifft den alten sogar, irgendwie in jeder Hinsicht, gut, jetzt habe ich natürlich den neuen im Super-Gino gesehen und man ist natürlich dann auch im ersten Moment sehr beeindruckt, mit so ein bisschen Distanz würde ich sagen, auch aufgrund der vielen Parallelen, mehr oder weniger bewegt sich der Film für mich so ungefähr auf dem selben Niveau wie der erste Teil, man muss einfach sagen, er ist absolut publikumswirksam, Fans des Erstlings logischerweise aufgrund der vielen Parallelen und Reminiscenzen kommen natürlich absolut auf ihre Kosten, aber ich würde auch trotzdem sagen, man hat es halt sehr geschickt gelöst, ich glaube, man muss den alten Film nicht kennen und ich glaube auch so, dass es für junge, für das junge Publikum, die jetzt vielleicht auch mit Mission Impossible oder so aufgewachsen sind, durchaus jetzt auch ein Anknüpfungspunkt ist, um zu sagen, isoliert, der Film gefällt mir jetzt und da würde ich mir vielleicht auch weitere Filme angucken, ich habe auch für mich so gedacht, okay, wo es jetzt auch mit Mission Impossible zu Ende geht langsam, möglicherweise kann Tom Cruise das noch ein bisschen länger machen und vielleicht startet man dann doch jetzt nochmal so eine neue Franchise, auch wo er dann den Staffel-Chap irgendwann dann auch mal wiederum an irgendjemanden übergeben kann, man darf gespannt sein, wie war jetzt dein Fazit so oder was ist dir noch so aufgefallen? Vielleicht noch ein Wort zu Belkirma, weil der kommt ja auch wieder vor, hat ja vorhin ihn irgendwie schon als fast Mentor-Figur erwähnt, hier ist er jetzt tatsächlich die Mentor-Figur, genau und das ist ja auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, denn ich habe es ja auch angedeutet, Belkirma ist ja wirklich schwer krank gewesen, hatte schwere Krebs und hier wird er auch als jemand dargestellt, der schwer krank ist und kommuniziert dann ja auch nur über Tastatur, also er tippt quasi seine Sätze ein und Tom Cruise, die Figur, kann es dann über den Bildschirm lesen, so kommunizieren, die beiden, ich finde es auch recht bemerkenswert, wenn man denkt, die beiden waren so die Konkurrenten und jetzt Tom Cruise immer noch voll im Saft und Belkirma sitzt da ja schon so gewissermaßen als gebrochener Mann, ganz ausklauen konnte man es wahrscheinlich aufgrund des gesundheitlichen Zustands von Belkirma nicht und ehe man dann auch wieder sagt, na den lassen wir auch raus, ist es vielleicht dann so eine ganz gute Lösung oder so ist man letztlich im Rahmen der überbliebenen Möglichkeiten geblieben. Ja, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Neuverfilmung oder Fortsetzung muss man ja sagen und ja, vielleicht hat der eine oder andere Lust auch seine Meinung hier zu diesem Film mit uns zu teilen, dann erreicht ihr uns, wie auch zu allen Fragen oder Anmerkungen generell unter podcast at retroboost.de E-Mail-Adresse ist auch immer in der Podcast-Beschreibung zu finden. Also ich glaube, wir haben jetzt einen guten Überblick gegeben, auch über den Klassiker und über die aktuelle Fortsetzung im Kino und wenn wir jetzt unsere Punkte, die wir hier üblicherweise auch immer noch besprechen, noch abhaken wollen, müssen wir natürlich noch kurz sagen, DVD-Blu-Ray, wie ist der Film von 86 da verfügbar? Das ist jetzt hier eher Formsache, bei dem einen oder anderen Nischenfilm ist es dann durchaus spannend, ist der überhaupt in einer guten Qualität zu finden? Ist ja hier gar keine Frage. hier herrscht an Veröffentlichungen wahrlich kein Mangel, also es gibt inzwischen sogar auch schon eine UHD-Blu-Ray, es gibt eine 3D-Blu-Ray, es gibt eine einfache Blu-Ray und davon nochmal verschiedene Variationen. Als Steelbook jetzt zum Kinostart gab es nochmal eine sogenannte Special Collectors Edition oder eben nochmal ein Poster oder ein Sticker dabei, war jetzt auch nicht die ganz besonderen neuen Extras. Dann gibt es auch die einfache Keepcase-Variante, da muss ich sagen, die habe ich und da ist man glaube ich in Sachen Preis-Leistung echt gut dabei, weil das Bild ist absolut famos, ich wüsste jetzt in meiner Sammlung keinen Film aus den 80er Jahren, der besser aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen, dazu gibt es mehrere Stunden an Extras, allein zwei ausführliche Making-ofs, die glaube ich insgesamt über drei Stunden gehen, also wenn der irgendwie nochmal vertiefte Infos und Stimmen zum Film haben will, der ist dann denke ich bestens bedient. Genau und dann machen wir sozusagen hier Drehschluss, was Top Gun angeht und das nächste Mal haben wir wieder einen ganz anderen Film, also kein Hollywood-Blockbuster, wir wechseln wieder zu einer anderen Paradedisziplin von uns ja auch, wir beschäftigen uns mit einem deutschen Filmklassiker der 60er Jahre und vielleicht hat der ein oder andere ja auch hier schon einen Podcast von uns gehört, wenn es hier um Edgar-Wallace-Verfilmungen oder auch Jerry-Cotten-Verfilmungen ging, da haben ja schon die Regisseure Alfred Forer und Harald Reinl bei uns eine Rolle gespielt und jetzt widmen wir uns einem ja weiteren ganz wichtigen Krimi-Spezialisten der 60er Jahre, das nächste Mal nämlich Jürgen Roland und da haben wir einen Film von ihm ausgewählt, der glaube ich auch ja so viel kann man schon mal sagen zu seinen eigenen Lieblingsfilmen dann später gehörte, nämlich Vier Schlüssel von 1965 wer sich da nicht so in der Tiefe beschäftigt, für den ist das vielleicht noch ein echter Geheimtipp, also wer Lust hat auch mal auf einen Film, der jetzt im Vergleich zu Top Gun vielleicht nicht ganz das Tempo hat, aber wirklich auch ein toller Kriminalfilm ist, der kann sich diesen Film Vier Schlüssel von 1965 ja auch noch mal anschauen und dann natürlich auch hoffentlich unserer Besprechung hier wieder beiwohnen, die es dann das nächste Mal geht. Ganz genau, bis zum nächsten Mal, Tschüss. Tschüss. Tschüss.